Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Kanalvorstellung. Heute sind wir auf dem Kanal vom Chills CO oder Chills Co Gaming and More. Ich hab's ja immer nicht so mit den Namen, wisst ihr ja. 115 Abonnenten, 910 Aufrufe und seit dem 21.07.2015 mit dabei. Also seit knapp anderthalb Jahren, ja ungefähr, also ein Jahr und so circa vier Monate schon mit dabei auf YouTube. Schauen wir mal in die Beschreibung. Schön, dass ihr da seid. Hier wird hauptsächlich CSGO, Minecraft, Star Wars, Battlefront und Assassin's Creed kommen. Also wenn ihr an keinem Skill interessiert, seien immer abonnieren. Gut, das ist wieder ein bisschen komisch geschrieben. Wir müssen das mal ein bisschen umschreiben. Also ich meine, es ist ja nicht so schwer, eine Beschreibung mal halbwegs fehlerfrei zu schreiben. Naja, okay. Wir schauen mal weiter. Zu mir. Ich bin ein Gamer aus Leidenschaft und Schüler eines Gymnasiums mit hoffentlich baldigem Abitur. Okay, dann dürfen aber so Rechtschreibfehler hier nicht passieren. Also auf dem Gymnasium und wenn du bald dein Abitur haben willst, dann sollte hier, ne, naja, egal. Wir machen weiter. Auf YouTube mache ich mich aus Lust und Laune zum Idioten. Guckt euch auch meine Liebsten auf der linken Seite an. Auf der linken Liste an, aber das ist rechts. Wahrscheinlich meint er rechts. Da bin ich auch drin. Sehr schön, das freut mich. Viel Spaß. Chill and watch. Dann seine ganzen Programme zum Schneiden aufnehmen und streamen. Lasst ein Abo da, wenn euch mein Kanal gefällt. Hier unten sind noch ein paar Social Media Links. Instagram, Twitter, Twitch und ihr könnt ihn auch abonnieren. Natürlich. Ist mal wieder ein deutscher Kanal. Die letzten beiden waren aus Österreich. Nicht, dass ich jetzt was gegen Österreicher habe, aber, ne, ist schön, wenn auch mal wieder ein deutscher Kanal dabei ist. Schauen wir mal rein. Er ist sehr aktiv dabei. Vor drei Tagen, vor fünf Tagen, sechs Tagen, eine Woche, drei Wochen. Das ist noch okay. Die letzten Videos waren eher von CSGO. Glaube ich soll das sein. CSGO, CSGO, CSGO. Hier haben wir mal Star Wars Battlefront. Ein Speedrun. Und Minecraft kommt auch mal ab und zu. Also das letzte Video war vor drei Monaten. Ah, ne, doch hier, vor drei Monaten. Und zwar Krampf Reloaded. Ich weiß nicht, was das sein soll. Auf jeden Fall halt vor drei Monaten zuletzt ein Minecraft Video. Und ansonsten halt mehr CSGO. Hier haben wir mal Just Cause und Battlefront. Also vielleicht, wenn ihr auf solche Spiele steht oder wenn ihr diese Spiele mögt, schaut beim Chills Co. Oder Chills Co, wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie das ausgesprochen wird, mit rein. Oder schaut dort vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Und falls ihr euch bewerben wollt, schaut da auch unten in die Videobeschreibung rein. Dort stehen die Anforderungen. Und auch wie ihr euch bewerben müsst. Und bitte bewerbt euch auch nur so. Nicht in den Kommentaren. Weil die Leute, die sich jetzt in den Kommentaren bewerben oder unter den Videos, die werde ich dann halt auch einfach nicht nehmen. Weil ihr müsst einfach das Video schauen. Und ich sehe es auch nicht mehr ein, wenn Leute zu faul sind, die Videos komplett einfach mal anzugucken. Und dann mit irgendwelchen Ausreden kommen. Ah ja, ich hatte zu wenig Zeit. Ich habe da einfach was hingeschrieben. Oder ja, stimmt, ich habe das Video nicht bis zum Schluss geguckt. Oder was weiß ich. Ne, also das geht einfach nicht. Ich meine, wir können ja hier alle gut und so miteinander auskommen. Aber das muss ich mal ein bisschen ändern. Also, ich meine, so ein Video von 3-4 Minuten zu gucken und dann die Anforderungen rauszuhören, ist ja nicht schwer. Ihr müsst auch einfach in die Videobeschreibung gucken. Da steht es auch drin. Ne, also. Also, es ist nicht böse gemeint. Es soll halt nur mal so eine Art Denkanregung sein. Ich gebe mir das für dieses Projekt viel Mühe. Und es ist ja nicht verkehrt und auch nicht zu viel verlangt, wenn man mal das komplette Video schaut. Oder auch einfach mal in die Videobeschreibung. So, damit möchte ich es jetzt auch belassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dir wünsche ich weiterhin viel Glück, lieber Chills CO, Chills Co, was weiß ich, Gaming and More. Und dann bis zur nächsten Kanalvorstellung. Macht's gut und ciao.